Jo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Gameplay. Sonic Generations, der erste Teil für euch jetzt am Start. Ich hab Bock, ich hab richtig Bock, ich hab richtig, richtig Bock, weil, wie gesagt, Sonic Generations mein absolutes Lieblings-Sonic ist. Guckt euch das doch mal an. Guckt euch das doch mal an. Boah, es ist so geil. Das ist wirklich das beste Sonic, was es gibt, ehrlich. Das ist so geil. Ich bin natürlich wieder live auf Twitch, Leute. Boah, ich krieg grad Bock-Feelings. Jessica feiert's, der liebe Joseph feiert's. Der liebe Diablo feiert's wahrscheinlich auch. Er schreibt nämlich Let's Run, also denke ich schon. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön, Leute. Wir sind richtig dabei. Oh, ist das geil. Oh mein Gott. Leute, die Rasselbande ist mit am Start. Die liebe Nadja ist auch wieder da. Oh, ist das schön, ehrlich. Ich freut mich gerade sehr. Nach zu spielen. Ach, Quatsch. Ah, Mist. Es ist so geil. Die liebe Nadja, die möchte gebannt werden. Ich merk das. Die schreibt gerade Hashtag. Ich warte auf die Würfel. Oh, Baby. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut gemacht. Nadja schreibt, nein. Sie will nicht gebannt werden. Nein, da wird's keine Würfel geben. Es ist so unfassbar gut. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist bestimmt schon. Oh mein Gott. 13 Jahre her, als ich das durchgespielt habe. Ich glaube, 2010 kam das raus. Ne, meine ich doch wohl. Bin mir gerade nicht sicher. Nein. Oh Gott. Joseph sagt auch, null gealtert. Ja, sehe ich auch so. Sound ist geil. Jettega sagt auch, der Sound gibt dir Feelings. Voll. Oh, geil, Leute. Ja, Mann. Wir sind in Sonic Generation. Ey, Sonic Generation. Diese Sonic Generations. Ach, herrlich. Ein S-Rang. Hallo. Das bin ich. Geil. Leute. Schlückchen. Oh je. Was passiert denn da? Da ist so die ganze Bande. Hey Leute, was ist los? Schmeißt ihr etwa eine Party? Die Synchro wieder on top. Überraschung. Yeah. Wie nett. Wie nett. Die guten alten Chiridogs. Dich kann man einfach nicht überraschen. Diesmal ist es dir aber gelungen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch, Sonic. Hoffentlich schmeckt es dir. Ey, Leute. Ich habe mal eine Zeit lang echt gerne Hot Dogs gegessen. Aber seitdem ich weiß, wie diese Hot Dog Würstchen hergestellt werden. Und was da so drin ist. Lass mal. Was? Das ist so cool. Jessica sagt gerade, kannst du noch ein wenig lauter machen? Also bei mir schlägt das Gameplay sogar rot aus. Also lauter geht leider nicht mal. Das ist schon ein bisschen zu laut sogar. Hilf uns, Sonic! I'm sorry. Aber ich versau mir halt voll die Aufnahme, wenn ich es halt jetzt noch lauter mache. So, ab in die 3D-Welt. Genau. Wo bin ich? Wo bin ich? Genau, da waren noch diese ganzen Level. Oh, geil! So, Leute. Los geht's. Ich musste gerade neu starten. Weil mein Controller sich, ähm, ja. Abschiedet hat. Ich kriege auf jeden Fall Flashbacks bei diesem Level. Es ist total gut. Es ist einfach das beste Sonic, was es gibt, ehrlich. Da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Das ist das beste Sonic. Ist das krass. Oh, Baby! Oh, geil! Boah, dieses Spiel ist einfach zu krass. Matthias schreibt, äh, Geschwindigkeitsrausch. Voll! Boah, das ist so geil. Das ist einfach das badste Sonic. Ohoho! Leute, hier geht's richtig ab, Alter. Oh, geil! Nein! Ach, Mann. Das hab ich mal wieder gebraucht. Das geht so ab, Alter. Da kannst du richtig auf die Kacke hauen bei dem Game. Boah, Leute, seht ihr das? Gebt euch das mal, Alter. Oh, Baby! Oh, Baby! Ja, wenn das kein S-Rang ist, komm. Perfekt, Bruder. Ja, wenn das kein S-Rang war. Ja, Leute, wir sind da ja gerade durchgebrettert, Alter. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, mega. Oh, geil. Warum können die nicht so Sonic-Spiele machen? Sonic Generation 2. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Geil, oh mein Gott, das macht so einen Spaß. Oh mein Gott, das macht so einen Spaß. Wir bringen die Farbe wieder rein. Diablo schreibt auch, mega geil. Richtig, richtig edel. Ja, auf jeden Fall. Aber sie sahen komisch aus. Das ist nur das Level aus dem zweiten Sonic. Dieses Chemical Plant, oder wie das heißt. Ja, du sagst Sonic Paint. Ich dachte, du wärst schon weg. Ach, der stumme Sonic. Der 2D-Sonic. Green Hill. Ja, Mann. Schön die Farbe wieder reingebracht. Absolut krass. Absolut krass. Ja, würde ich sagen, gehen wir rein, wa? Das ist das Geile an der Geschichte. Mit Akt 1 und Akt 2 von diesen Levels. Ich finde das so gut gemacht. Boah, wenn ich die Mucke schon höre. Sonic 2 Wipes. Es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Boah. Gibt halt miese Flashbacks. Das ist so gut gemacht. Leute, ich sag euch so, wie es ist. Dass es so gut gemacht ist, werde ich euch bestimmt noch 200 Mal in diesem Gameplay sagen. Aber, dass es mit Abstand mein liebstes Sonic-Spiel. Und ihr seht ja auch, was da abgeht. Es kann ja was. Jessica sagt, wird gerade voll in dem Game versunken. Mega. Geil. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Oh, ist das geil. Wieder ein S-Rang. Ja, das war doch klar. Wir brettern da ja auch durch. Also Leute, ich sag euch direkt. Ich werde hier nicht auf S-Rang spielen. Wenn es halt passiert, passiert ist. Aber, ähm, das ist jetzt nicht mein Ziel. Einfach nur die Story durchspielen, ne? Jessica sagt, wenn ich so schnell wie Sonic sein könnte, wäre ich so glücklich. Nee, Mann, das wollte ich nicht. So, wir gehen in Axt 2 rein. Diablo schreibt, wusstet ihr eigentlich, dass das Game gut gemacht ist? Leute, da merkt man halt, wir sagen ja immer dummer Mensch zu ihm. Genau wegen solchen Witzen. Ist halt einfach nicht witzig. So ist er halt. So ist er halt. Wir akzeptieren ihn so. Oh mein Gott. Er brettert voll rein. Full Speed. Full Speed sein Vater. Das geht so ab, das Spiel. Diablo sagt gerade, sagt meine Frau auch immer, dass sie mich so akzeptiert. Ja, siehste mal. Da hast du doch die richtige Frau gefunden. Das ist so gut, ey. Ich finde das wirklich so geil, dass man da so richtig auf die Macke hauen kann. Nein! Er dreht so arme Schnitzel. Er dreht so arme Schnitzel. Unfassbar gut. Und hoch. Oh, das Wasser kommt. Stimmt, da war ja was. Und wieder Vollspeed. Es ist so heftig. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Ich habe nicht gedrückt. Junge. Junge. Geil ey. Was passiert hier? Nein. Hä? Warum bist du da? Ach Gott, warum bist du da reingefallen? Nein. Und auf ein neues. Nein. Oh ho ho. Boah. Ja. Leute, Feierabend. Feierabend. Wow. 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 So krass. Boah. Ein Geruch wie diesen vergesse ich nie. Und dieses rosa Wasser macht mich richtig nervös. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Tails. Ich habe hier auch ein ganz merkwürdiges Déjà-vu. Hammermäßig geil. Ähm. Doch, das mögen wir. Das mögen wir. Diablo sagt, oh er nackt was Vernünftiges. Richtiger Augenschmaus das Game. Voll. Oh die liebe Amy, da ist sie. Du hast mich gerettet, Simon. Ich finde das echt geil, dass ich nach 13 Jahren, wo ich das Spiel schon durchgespielt habe, ich glaube das ist von 2010. Auf jeden Fall, lass es von 2011 sein, ist scheißegal. Auf jeden Fall, nach diesen Jahren spiele ich das wieder und habe noch viel mehr Spaß. Verstehen ihr? Ich habe noch einfach viel mehr Spaß. Die Mucke total krass, wirklich total krass. Oh, das war ein bisschen schwerer gewesen. Zumindest das 3D Level davon. Ich habe auch gerade Erinnerung pur. Ja genau, das ist halt echt so. Das ist so gut gemacht ey. So megamäßig. Bitte Sega, bringt einen zweiten Teil davon raus. Bitte Sega. Katsching. Er gibt Vollgas. Na. Du Mistvieh. Du Mistvieh. Ja. Erstmal schön leben, catchen. Nein. Na ja, egal. Das ist so geil. Jessica sagt, sie ist hin und weg, weil das so toll ist. Ja. Es ist auch mega. Oh Mann. Du blödes Vieh. We need some rings. Ich brauche einen Ring. Ja, da ist er doch. Ich brauche einen Ring. Sehr schön. Schießen hoch, come on, beam me up, Scotty. Und das ist doch verdammt, Trost, das Level. Nein, du Volltrottel. Feierabend. Das ist das Spiel, das ist das Sonic-Spiel. Es gibt Spiele, so Sonic, so okay, aber das ist das Spiel. So wie Mario Odyssey, das Mario, oder eigentlich eher Super Mario World vs SNES. Das ist das Super Mario und das ist das Sonic, das nützt halt einfach nichts. Können wir reden, so wie wir wollen, aber das ist halt einfach so. So, Vollspeed, komm rein damit. Freestyle-Tricks. Wenn man sie trifft, wenn man sie trifft, Junge. So. Gib mir ein Freestyle-Trick. Come on y'all. Let's rock the show. Du dämliches Vieh. Oh, ist das so gut. Komm, Fullspeed. Geht's. Nein. Du Trottel. Ein Leben. In 3D, sieht auch geil aus. Boah, Junge. Na komm, geh rein. Ich bin so auf meinem Sonic-Film momentan. Ich hab da so Bock drauf. Das sind auch echt so mega Spiele. Also nicht alle. Ich bin auch echt am überlegen, ob wir vielleicht danach, nach diesem Sonic, mit Sonic Adventure 1 und 2 anfangen. Das sind ja die besten Sonic-Spiele, sagt man. Ich hab die aber, also in den ersten Teil hab ich davon gespielt, aber kann ich mich auch an nichts mehr erinnern. Und ich bin der Meinung, sollten wir auf dem Kanal haben. So dummes Arschloch. Okay, er muss das gar nicht dächen, okay. Da hab ich Glück gehabt, voll. Nein. Nein. Es bricht einfach alles zusammen. Bereich, wie die stabil aussehen. Du stabiler Bereich. Komm, Full Speed. Okay. Oh, schön, Leute. Schön, schön, schön. Jetzt, wie er sagt, eigentlich unlogisch, dass sich Sonic an Stacheln sticht. Ja, du weißt doch Bescheid. Komm hier, unser Maskottchen. Unser Maskottchen. Er ist hier. Muah. Er ist da. Leute, guckt hier hin. Ihr wisst Bescheid. Also nur die echten OGs wissens. Wie er Knuckles. Danke für die Hilfe. War ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Skys hätte. War ja nicht notwendig. Aber komm, wenn du es gemacht hast. Jupp. Ist in Ordnung. Hm. Ist okay, Jung. Wenn halt nicht. Du. Ist halt so. Herausforderungstore. Schimmer, diese Herausforderung muss man machen, ne? Ja, Herausforderung muss man machen. Komm, Schimmer und Knuckles rein. Stürhadema. Zählen. Wann? War ja. Back dessusklarung, die初. Überlass, das ja. Ach. Info. Ich mach es gerade. Ne? Weber Englishman, ne? Für, Vai. Typistü blau oder médias... Was weiß, wenn du mitverlöährt? oder welche verpasst aber schade kann man dann mal neu starten kann man nochmal neu start ja anderes feeling so jetzt mokka auch voll cool auf geht's da spielt man dieser herausforderung gerne muss man ehrlich sagen ja ist doch friedlich ist echt so Komm ja auf! Komm, grab die Dinger aus, Junge! Komm! Noch ein bisschen mehr Zeit, warum nicht? Komm, extra Zeit! Hier, du Trottel, du musst hochkommen, Junge! Und fall bloß nicht runter! Also, schön! Ja, geschafft! Da hätten wir gar keinen Flipout kriegen sollen! Wir haben es ja auf jeden Fall geschafft! So, was war das für eine Challenge? Okay, super Turbo! 200-fache Turbo-Anzeige! Ah, okay, aber sie... Die lehnt sich nicht wieder auf, das ist nicht so gut! So, was war das? Okay, das ist cool. Leute, erst habt, ich vergesse total, dass ich auf Twitch Online bin und mit dem Chat zu sprechen, aber ich denke, die vergeben mir auf jeden Fall, weil es halt, ja, es ist krass. Es ist krass, Leute, sind wir ehrlich, es ist krass. Was haben wir hier für ein Spiel? Ey, das ist wow. Doppelgängerrennen. Hier, Chemical Plant. Ja, Bruder, da musst du aber einiges machen, um dass du besser bist. Wenn du so ein Rennen willst, kriegst du gar kein Problem, ich bin am Start. Nein, voll Rennen. Idiot. Ah, da kommt, da kommt, da kommt. Komm, wieder Full Speed. Jeha. Ganz schön Energie, ja, ganz schön Speed nachholen. Jene. Ich bin die Ahnung, ich bin die Ahnung. Ich bin die Ahnung, ich bin die Пом Und so, gib mal Fullspeed. Komm aber jetzt. Nein! Es lief alles so gut, komm! Nein! Es lief alles so gut, komm, du schaffst das, Junge, du schaffst das. Und jetzt Fullspeed nochmal wieder rein. Und jetzt gib ihm, komm! Ist das fett! Nein! Er hat kein Speed mehr! Oh, aber jetzt! Geil! Oh, das war cool! Das war cool! Oh mein Gott! So, dann haben wir den Schlüssel, ne? Du musst drei Stück davon holen, stimmt! Und da unten ist Gegner Herausforderung! Metal Sonic ist der erste, genau! Egal, wir machen einfach alle Herausforderungen! Piku Piku Hammer! Piku Piku Hammer! Piku Piku Hammer! Ruf mich mit der Y-Taste, um Amy zur Hilfe zu rufen! Springe und drück die Y-Taste beim Landen, um in Amy's Piku Piku Hammer hoch zu springen! Okay, nochmal! Okay! So geil! Zuerst du? Jester sagt, die ganze Zeit, schneller! schneller wenn du das einmal raus hast dann weißt du wie es läuft nein 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 Überlass das mir, jetzt! Rauschen! Überlass das mir, jetzt! Zuhören! Überlass das mir, jetzt! Rauschen! Okay, dann mal neu. Oh man, fack mich doch nicht ab, Mann. Die Abo sagst, freust du dich auf Hogwarts? Dicker, ich hab das vorhin schon gesagt, da warst du aber nicht da. Sehr viele Fehler, so wie ich mitbekommen habe. Ist mir irgendwie das Geld noch nicht wert. Tom, blöde Frage, was bedeuten die Ausrufezeichen? Dass ich da, ähm, halt die holen kann mit ihrem Hammer. Komm, jetzt holen wir uns den Chaos Emerald hier, Metal Sonic. Dicker, kriegst ne Bugpfeife mal eben, Gegner-Duell hier. Äh, na, Klatsch. Der geht auch noch echt klar. Metal Sonic. Geil. Nein, 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 das kann nur sie. Jessica fragt gerade, ach, kann nur sie das mit dem Hammer? Ja, hast du ja gerade mitbekommen. Oder hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber ja. Das kann nur sie. Das gibt's doch nur bei den Herausforderungen, ne? Bleib nicht zurück, wenn du nicht zum Weg sein willst. Metal Sonic ist nach seinem Anschluss anreifbar. Ich gehe mit einem Dürfelsprung zurück. Geil. Boah. Boah, das ist so schön, mal wieder zu spielen. Wirklich, Leute. Er bricht Straßenlassen ab und wirft sie nach dir. Achte auf die Schatten, um aufzumeißen. Ja, warum bist du denn so aggressiv? Jetzt gibt er Fullspeed. Aufzumeißen. Nein. Das ist eine Chance. Los jetzt. Nein. Ich hätte ihn gehabt. Nein. Ich hätte ihn gehabt. Mist. Mach mal nochmal. Komm. Turn it up, come on, y'all. Da weichen wir natürlich aus. Wenn er den Broly macht. Ich könnte jetzt ein paar Ringe gebrauchen. Ich könnte jetzt ein paar Ringe gebrauchen. Dann hat er ein ganz schönes Agro-Problem sehr gut. Das ist Metal Sonic, ne? Er war ein Arschloch. Ja, das hat er da gezeigt. Oh, das hat er da gezeigt. Dreht ihn gegen den Kopf. Feierabend. Junge, mach es gut. Mach es gut, Junge. Und ist ein S? Nein, ist kein S geworden, weil ich einmal gestorben bin. Mist. Dann haben wir doch gut geschafft. Jetzt muss ich die nochmal, genau jetzt muss ich die nochmal mit dem Originalen spielen. Öffne diese Objektkiste, um Sonic in ein Wasserschild zu hüllen. Ein Extremsprung. Ich mag, wenn es extrem ist. Das ist so ein starkes Sonic, ehrlich, Leute. Das ist so ein starkes Ringe. Boing, boing, boing. Genau, der ist auf dem das Geschäftsbild, der ich sie lieb. Wie Anti das Spielfeld. Im Wendung, 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 ist es dann eine Durante, der Macht eingetreten. Im Wendung, im Wendung, im Wendung, im Wendung, mit Wendung, im Wendung, im Wendung. Deine T entonces verfolgt das Spielfeld, Doc, dass die Aufhehrer dringte sein. So geil. Bounce Betty, Bounce Betty, 1, 2, 3, 4. Doin, doin, doin. Die Diablo schreibt Bounce, Baby. Da geht schon was. Ja, ja. Die, 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 die. Überlass das Fliegen mir und das war eklig gewesen. Okay. So geil. Ja, verlass dich auf mich, ne? Das ist das gleiche, wie wenn du jemanden fragst irgendwas und er sagt dir die Quelle dazu. Ich vertraue mir, Bruder. Das ist genau dasselbe. Doin, doin, doin. Farbik. Na, der sagt, verlass dich auf andere und du bist verlassen, da bin ich voll bei dir. Deswegen bin ich ein Mensch, der alles selber macht. Aber da weiß ich ganz genau, was ich hab. Verlass dich auf mich. Komm, let's go, baby. 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 Komm, das war doch recht gut. Jeeha. Ach, ist das schön. So, rein. Ihr scheint es nur einen Ring zu geben. Pass gut auf ihn auf und versuche keinen Schaden zu erleiden. Boah, das war schwer. Nein. Na, weg ist er. Mist. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Hör doch auf, du. Jetzt bin ich gerade mal, also ich mach's nochmal, aber ich weiß grad nicht, muss ich die Herausforderung machen? Ich glaube, ich muss die Herausforderung machen. Weil ich so an die Schlüssel komme. Ich bin mir grad nicht sicher. Jessica ist wieder lustig. Ich schreibe Hashtag Würfel. Leute, ich hab's mit den Würfeln, ehrlich. Kann damit nicht umgehen. Komm, jetzt aber. Komm, Full Speed. Boah, das ist gemein gewesen. Ich hab's ja gesagt, los, du machst das jetzt. Okay, Mama. Okay, Mutter. 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 Baby, yeah, Baby! Juhu! 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 Hab ich da was vergessen? Ja, hier oben. Die Kumpels von meinem Mann sagen auch Mutter. Komm hier, Act, Act One, Unbesiegbarkeit, oder wenn der Feinde mit unbesiegert, um das Ziel in der Zeit zu. Okay. Mit Unbesiegbarkeit könnt ihr Stacheln nichts anhaben. Soll ich das, was ich, was ich, was ich nicht, was ich, was ich, was ich, was ich. Ui, 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 ui! Ui, 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 ui! mir kann einfach keiner was ich bin einfach einfach leider das ist so geil es ist so gut du verdammter springler nein du verdammter springler okay habt schon geschafft die guten alten springler ich bin mir gar nicht mehr so sicher ob wir das wirklich alles abschließen müssen wir müssen eine der herausforderung abschließen seht ihr das war es doch und ich hau hier voll die herausforderung raus egal macht ja nix ist er trotzdem stabil weil ich brauche diese schlüssel das weiß ich doing doing die aber sagt was fertig ist das ist fertig und genau so schaut es aus das haben wir jetzt wenigstens schon mal gemacht wohoo 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 Das ist so stark, ey. Und rein. So stark. Es gibt auch irgendwie nur 45 Herausforderungen. So, und jetzt muss ich noch einen Schlüssel suchen. Wo ist der andere Schlüssel? Ja, Sonic Pinball. Ja, einer fehlt noch, ne? Ah, da ist er. Hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass wir den noch nicht haben. So, da kommen wir zum ersten Bossgegner. Es ist mir wie immer eine Ehre, ein Zuckerschlecken und ein inneres Blumenpflücken. Komm, wir gehen rein. Leute, ihr wisst Bescheid, Schlückchen. Sieh dich genau an, Sonic. Yeah. Dr. Eggman. Dr. Eggman. Mit seiner Popelbremse. Daumen für immer schließe. der Schnörriss. Ja, er ist so cool. War der nicht auch im dritten? Dieses Death Egg Robot? War der nicht auch im dritten Teil gewesen? Ich meine... Da haben wir es, oder? Nein! Nein, 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 nein! Hast du gesehen, wie die Rückseite, Leute? Ich denke, das ist die Schwachstelle. Versuche, hinter ihn zu kommen und abzugreifen. Wie aber schön, dass du da warst. Komm, fall runter, Jung. Das ist so stark. Er greift dich mit seinen Armen an. Du musst es auch tun, um ihn auszureißen. Du kannst doch die Scheiter im Kopf los schießen, wenn du sie betätigst. Versuch doch, einen anderen bitte aufzulenken. Lass dich deinen Armen auf und greif den Kopf ab. Ja, das kann man machen, wenn man es richtig macht. Ja, das kann man machen, wenn man es richtig macht. So geil. Das war schon mal. Komm, fall runter. Das war es schon, wa? Yeah, yeah Baby, sehr geil, geil gemacht, so gut, was, nein, 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 er sagt Sonic, rette mich, versteht ihr, was ich meine, genau mein Humor, geil, sehr, sehr gut, Minitails, oh, wie süß, Minitails, was viele Leute auch nicht wissen, es gibt für das Game Gear ein hundertprozentiges Tales-Spiel, da spielst du nur Tales, und das ist richtig, richtig gut, sollten wir uns angucken, Leute, ja, wo ist es hin, Jung, wir müssen das Ding finden, und zwar schnell, sehr, sehr geil, ehrlich, sehr, sehr, sehr geil, da sind wieder einige Herausforderungen am Start, wir sind im nächsten Gebiet, Leute, sehr geil, und ein Chaos Emerald, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Cut, das war der erste Part zu Sonic Generations, 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 nennt es wie es wollt, wie es wollt, wie ihr es wollt, es ist ein hammergeiles Game, Leute, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Peace!